Was? Was? Daddy, why did you murder your platoon? Was? Ist das ein Grab hier? Ach, überall diese, okay. Okay. Ist das gruselig. Noch ein Streichholz, will nur einmal kurz gucken. Okay. Oh Gott. Was? Ich hör das Wasser. Öh. Streichhölzer, geil. Fallakte. Gerichtsobduktion Fall 4a. Der Leichnam eines Mitglieds der Highland-Truppe wurde nach einem tödlichen Angriff geborgen, um das medizinische Wiederbelebungsexperiment gemäß dem zweiten Lebensgesetz zu implementieren. Das Gesetz wurde durch Gipsrekonstruktion erfolgreich von der Wiederbelebungsmaßnahme abgedeckt. Die Prozedur wurde als nicht erfolgreich beurteilt, nachdem die Wiederbelebung des Patienten nur mit animalistischen Neigungen zurückließ. Der Patient ist am Abend vor der Rückkehr zum Festland in den Zustand des Verstorbenen zurückzuführen. Anscheinend hat das ja nicht geklappt. Der läuft ja noch hier rum. Hallo? Ich höre Wasser. Ich möchte weg hier. Ich will nicht runter ins Wasser. Du brauchst einen Schlüssel. Na, ganz toll. La, 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 near, far, wherever you are. I'll be there. I'll be there. My heart will go on. So. South Pacific Stream Ship. Oh. New York, New Orleans. Oh Gott, der kommt doch hier. Der jagt uns durch die... Was ist das denn? Ach, ein Stuhl. Der jagt uns durch die Fluge. Ich weiß es jetzt schon. Wir müssen Schlüssel finden. Ich will es so gesagt haben. Oh Gott, sind das enge Gänge. Ich will das lesen. Erklärung von Priester McKay. Als Antwort auf Frage der... Post... Herativen. Patient Alexander Dokter. Heißt der. Juli 1917 A. Vater. Seit dem Einbruch der Nachbarn habe ich meine Kameraden gesehen. Diese im Niemandsland vorbeigekommen sind und am Fuße meines Bettes stehen. Ihre Gesichter sind blau und trocken. Stehen schweigend da und starren mir in die Augen. Bitte helfen sie mir, ihre Anwesenheit zu verstehen. F. Kind. Ich muss ihren Ärzten zustimmen. Sie haben sich einer Operation unterzogen. Vor großem Fortschritt. Wenn dein Geist heilt, wird er das verwirren, was wirklich ist. Mit dem, was nur im Bereich des gestörten Geistes existiert. A. Aber. Sie sind es. Ich bin mir sicher. Soll ich einen lebendigen Anblick kann in meinem Kopf nicht entstehen. F. Wenn das, was sie sagen, wirklich Realität ist, ist es möglich, aber unwahrscheinlich. Dass deine verlorenen Kameraden nicht in den Himmel eingedrungen sind, der dahinter lag oder der hinterliegenden Welt. Vielleicht ein Gesang, der ungelöst bleibt. Zusammen mit einem Leben, das beendet wurde, bevor es Zeit ist. Sie könne nach Schließung suchen. Vielleicht nach Rache, die von kontrolliert wird. Was? Hass gegen jemanden, der schuld sein könnte. Scheint aber doch die Vollversion zu sein, oder? Ja, ich glaub schon. Hab ich ja gerade gesagt. Ich glaube, das wird sie sein. Na toll. Diese Automatiktüren, von denen alle sprechen. Äh, was ist das denn? Äh. Todesbrief. An General-Major in Bezug auf den Tod von Lieutenant Davies. Ich schreibe Ihnen mit großem Bedauern über den jüngsten Tod unserer Wertschätzung. Le... Le... Lieutenant Davies. Ich sah kein Licht. Alles, was ich fühlte, war dieser Stich. Bevor ein Schatten meine verdammte Seele bedeckte. Ich beobachte dich beim Schlafen. Ich beobachte dich beim Essen. Ich beobachte dich, wie du atmest. Am nächsten kann ein Mann unter den Tod gehen. Kannst du uns hören? Der Klang der ewigen Qualen. Klang aller Seelen, die in den Flammen ertrinken. Hören Sie auf unsere Schreie. Hören Sie unseren ewigen Tanz Davies. Oh, das war ja geil. Dass dieser Brief sich auf einmal ändert. Alter. Oh Gott, wie gruselig. Ich wollte den anderen aber auch kennelesen. Oh fuck. Time to say goodbye. Near far wherever you are. Was ist das denn, Alter? Ich will hier nicht sein. Kann das weggehen? Oh nein. Wir brauchen Schlüssel, ne? Hier geht es gar nicht lang. Kamen wir nicht von da? Hier ist eure Sackgasse. Mr. Spargel. Hä? Ähm. Ja, ich kann euch hören. Eure Geschrei und alles. Und... Kann ich den mitnehmen? Ne. Der ist voll gruselig. Okay. Wo muss ich hin? Was muss ich tun? Was? Woman of Britain. Say go! Go! War das gerade die Woman of the Britain? Äh. Was? Hä? Ah haha! Wasじゃあ denn? Ok. Es gibt irgendwie zwei. Hä? Das war aber nicht der dünne. Der hatte diese Jacke an. Hab ich es nicht gesagt. Diese Jacke... Ich will hier nicht sein, ich fühle mich unwohl Was ist hier? Auch nicht, die Sackgasse Oh Gott, ich will hier nicht sein Wo ist der Raum? Da Hier ist grünes Licht, hier bleibe ich Hier ist alles gut Kann ich hier was wegschieben vielleicht? Ne, kann ich nicht, hier vielleicht Den Stuhl, ne, da kann ich durchlaufen Na toll, großartig Oh Mann, ich will hier nicht sein Ich will hier runter vom Schiff Aber wie soll ich hier runter, wenn ich mitten auf dem Meer bin? Ist es, wie hieß der denn nochmal? Kate? Kate, ich bleib für dich auf der Tür liegen Gar kein Problem Oder bleib du auf der Tür? Alter, wir brauchen einen Schlüssel, ne? Wo sind wir? Ja, mhm Ah, mhm Ja, mhm Ah, okay Ja, wir sind irgendwo da Und müssen da hin So Hallo Hm Schön Was ist das? Wieder ein Bild Ah Memorfolie erworben Ah, sind das Sammelitems vielleicht? Eine Art Nachricht? Für mich? 5. Juli Bericht Er ist dem Grab entkommen Er wird nie den Entkommenen Die er zum Verrotten zurückgelassen hat Wir sind immer hinter dir Pass nur auf Toll Schöner Tipp Nein, da will ich nicht lang Ich muss da bestimmt hin Ja, ich hab's mir gedacht Aber das Wasser steigt auch Kann das sein? Oh ja, fuck Das Wasser steigt Oh, fuck Wir haben nicht viel Zeit Oh, scheiße Ich brauch diesen Kack Schlüssel Oh, fuck Wo ist dieser scheiß Schlüssel? Oh, fuck Das Wasser steigt Ich hab gedacht Das ist nur ein Effekt Oh, hier ist der Schlüssel Wir müssen zur Treppe Oh, nein Bitte nicht Lass mich in Ruhe Oh, ich kann nicht mehr rennen Weil es zu hoch ist Oh, scheiße Das wird kein Spaziergang, glaube ich Wo war die Treppe? Oh, nein Glück, 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 glück Hilfe Oh, nein Oh, Gott Das ist ja cool gemacht Irgendwo war doch hier die Treppe, Mann Wo war diese scheiß Treppe? Oh, Gott War das nicht hier? Hier war das doch Oh, fuck Ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss Ich dachte, ich muss zur Treppe Oh, scheiße Oh, scheiße Wir werden sterben Oh, fuck Ja, wir werden sterben Definitiv werden wir sterben Oh, nein Oh, shit, Mann Oh, fuck Das ist ein ganz mieser Tod Oh, scheiße Oh, scheiße Oh, scheiße Oh, scheiße Oh, scheiße Das Wasser hängt mir schon bis zum Hals Oh, Gott Es gibt so viele Wege Wo soll ich denn hin? Hier haben wir den Schlüssel Da ist nochmal ein Schlüssel Hä? Ich kann den nicht nehmen Nein Ich kann den nicht nehmen Den Schlüssel Oh, fuck Mir ist kalt Mir ist kalt Und Kate sitzt auf der Tür Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen Hä? Ich habe alles durch Oh, nein Oh, nein Oh, nein Oh, Gott Hilfe Wieso ich denn jetzt noch eine Tür aufkriege? Oh, nein Hilfe Das war's Möglicherweise gibt es was unter der Wasseroberfläche Das ist ja ein toller Tipp Haben wir den Schlüssel jetzt? Nee, ne? Okay, das heißt, wir müssen jetzt erstmal einen Schlüssel finden Das haben wir gelesen Okay, lalala Oh, wir müssen uns ein bisschen beeilen jetzt So, hier ist die Treppe Ah, hier brauchen wir den Schlüssel für Okay, alles klar Uah Also hier, wo die Jacke ist Da müssen wir nach oben So, jetzt den Schlüssel holen Wo war das? Unter der Wasseroberfläche Wir hätten wahrscheinlich tauchen können Und den Schlüssel dann da reinstecken können Oh, müssen wir das nochmal machen hier Das hier, oder was? Äh Kann ich nochmal lesen jetzt? Laut uns beim Bericht Das ist Davis auf der Versögerung Angeklagten Versuchte Den fiesigen Mitglied Der Zeugen Eine Reihenfolge Eines Angriffs Bestritt Da Davis nicht lange War Ja Ist okay Danke Ich hab keine Zeit Ist immer noch gruselig Oh Gott, ist das furchtbar Nein, wir müssen Oh fuck Ich beeil mich Krass, dass man auch sterben kann Einfach durch ertrinken dann Ja, wir sind wieder da So Der Schlüssel war hier hinten irgendwo, oder? Ne, warte, wo war denn das? Oh Gott Ich düse Äh Nein Das war hier, glaube ich, irgendwo, ne? Nein Uah Hier ist jetzt offen, doch Okay Hä? What the fuck? Wo war dieser Schlüssel? Bin ich jetzt doof? Ah, hier war der Brief, ne? Ja, okay Blödsinn Weil hier war das Bild. Das nehme ich mal mit, vorsichtshalber. Oh, da müssen wir hin. Hier. Nee. Scheiße, wo war das? Fuck. Äh. War das hier? Hier war das. Kann ich den auch mitnehmen? Nee. Ich kann nur den mitnehmen. Okay. So, jetzt aber zurück. Schleunigst. Äh, lass mal kurz überlegen. Wo war ich denn jetzt? Ich bin von hier so gekommen. La, la, la. Dann hier lang. Nee. Da lang. Ich kann nicht mehr rennen. Oh, fuck. Hier irgendwo war das. An dem Rohr vorbei. Hier ist das. Oh, lol. Man muss einfach tauchen. Oh, lol. Das musst du erst mal wissen. Oh, hier liegen Waffen. Kann ich die hier mitnehmen? Ein Streichholz noch. Wo muss ich hin? Okay. Na, das ist ja toll. Und nu? Oh, fuck. Oh, scheiße. Oh, fuck. Oh, scheiße. Oh, fuck. Oh, scheiße. Oh, alles. Oh, oh, äh. Tschüss. Höhöhöh. Du brauchst einen Schlüssel. Ach, sag bloß. Oh, Gott. Ich dachte, da stand einer. Oh, Gott. Okay. Why not? Was? Der Trennschalter braucht eine Sicherung. Ah, toll. Ja, hier ist der Schlüssel. Das heißt, wir müssen erst die Sicherung finden, oder was? Was ist das hier? Cargo-Lift. Der Strom wird immer... Achso. Oh, fuck. 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 Wo war das mit der Tür? War das hier? Eine Sicherung. Juhu. Aber wir brauchen zwei Sicherungen. Oder? Oder brauchen wir eine? Ähm. Stehe ich... Oh, ich stehe richtig, glaube ich, ne? Oh, puh. Alter, das wäre aber beinah ins Auge gegangen. Oh, wir sollten schleunigst weg hier. Ähm. Oh, okay. Oh, Gott. Hä, wie hübsch das hier ist. So, was? Broke-Pier-Line. Hä, voll cool. Ich mag so Schiff-Setting. Es gibt viel zu wenige Spiele, die ein Schiff nutzen als Setting. So, was ist das Ding? Sind das Kabinen? Ach, das sind Umkleidekabinen, weil hier ein Pool ist, ne? Drei Streichhölzer. Nehmen wir mit. Oh, Gott. Wie das ist dieser... Dieser Dings. Und wieder ein Projektorbild. Juhu. Naja, gut. Erstmal läuft der Pool voll, ne? Wenn jetzt hier das Wasser hochkommt. Schlüssel zu einer Tür. Aber welche? Wahrscheinlich die hier. Ja, nee. Hä? Da läuft einer. Nee, keine Zeit. Ich bin im... Nein. 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 Was? Hä? Was? Hä? Wie? Wie? Wie soll ich das machen? Hä? Der steht doch da. Müssen wir wieder zurück, oder was? Okay. Auf ein neues. So, Streichhölzer. Der steht also da im mittleren Flur, ja? Und sobald er uns sieht... Ach, wo müssen wir hin? So, Brünnel. Ja, ja, ja. Zu einer Tür. Zu der hier. Aber wir kommen hier nicht... Doch. Ah, okay. Puh. Ah, Alter. Man muss da durchrennen. Oh, lol. Krass. Oh, sind wir hier auf einem Walk of Fame? Oder wo sind wir hier? La, 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 Walk of Fame. La, la. I can reach the stars. I'm going to Mars. I can reach the stars. I drive to... I drive to... The Mars. Okay. Wir haben, glaube ich, die Tür geöffnet. Dieses Shot, was hinten war. Natürlich müssen wir zurück. Aber sind wir... Wir sind höher, ne? Gekommen. Also, wir kommen immer ein Stück höher. Ob wir wohl auch nach draußen kommen? Wo geht's hier hin? Irgendwo, okay. Deswegen auch der Hinweis auf dem Bild mit der Tür. Broken, broken... Irgendwas, old broken oder irgendwie sowas. Ah, lol. Ähm. Hallo? Ja, schön, dass du da stehst. Höh! Äh. Ich brauche ein Stück. Äh, was... Äh, ah, 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 ah. Okay. Einige Typen können geschlossen werden, um Monster aufzuhalten. Ah, das ist ein super Tipp. Den hätte ich vielleicht vorher gebrauchen können. Wo sind wir denn? Achso. Dann sind wir wieder hier. Ja, ich düse mal. So, müssen wir hier rein. Dann den Schalter betätigen. Das war so klar, dass der kommt. So. Die haben nicht umsonst solche Türen hier gemacht. So, das heißt, wir müssen durch die Tür und direkt zumachen. Tschüss! Aber was mache ich jetzt? Ich brauche einen Schlüssel. Äh. Hilfe. Schlüssel? Oder kann ich jetzt wieder raus? Ich brauche einen Schlüssel. Hilfe. Ich bin im Zimmer. Oh, warte mal. Oh nein. Erst mal abschließen. Der ist noch da. Nein. Keine Zeit. Nein. Heute nicht. Nee, ich habe heute keine Zeit für dich. Wir können das nächste Mal darüber reden und spielen. Man kann Schränke durchsuchen. Das ist ja witzig. Hätte ich das mal vorher gewusst. Ach, jetzt. Heute mal aufzuklopfen. Oh, der kommt, ne? Oh, die Tür ist offen. Oh, fuck. Nein. 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 Wieso ist die Tür offen? Mach die Tür zu. Oh, da muss man jetzt schnell raus. Irgendwie unterm Tisch oder so. Verschieben? Oh, ernsthaft? Oh, really? Schnarch. Der Speicherpunkt ist blöd gesetzt. So. Dann düse ich nochmal. Auf die Schnelle. So, schönen guten Tag, mein Herr. Ich bin dann mal weg. Tschüss. So, Schlüssel hier. Irgendwo haben wir ein Dia gefunden, ne? Ein Camerys Diaz. Irgendwo in der Schublade war das, ne? Würde ich gerne wiederfinden. Wo waren das? Hier war das. So. Hier ist ein Tisch. Können wir uns da drunter verstecken? Nee. Hier auch nicht. Wie soll man sich denn verstecken? Oder was sollen wir machen? Sachen verschieben, ne? Wie verschiebt man denn? Was soll ich denn verschieben? Das Bett vielleicht? Das Bett? Und jetzt? Ist hier eine Tür? Ist der weg? Ich hoffe, der ist weg. Hallo? Oh nein. Das ist keine gute Idee. Oh Gott. Zahlenschloss. Ähm. Oh, Alter. Diese Musik. Mann. Okay, wir brauchen ein Zahlenschloss. Patient 23. Ist bestimmt Schloss Nummer 23. Ist bestimmt Zahlenschloss. Alexander war das gewesen. So, warte mal. 23. Haben wir. Ist nicht 23. Okay. Was ist es dann? 21? 22? Ich habe gedacht, vielleicht deswegen hier. Aber anscheinend ja nicht. 20 vielleicht. Äh. 20 vielleicht? Hier liegt jemand. Ja. Es war so klar. Der liegt da gleich nicht mehr. Um was wetten wir? Armer Kerl. Ein armes Leben genommen. Durch einen Feigling. 20 mehrere Male rot geschrieben. Toll. Und jetzt? Äh. Äh. Ähm. Ich will hier raus. Ich will nicht mehr. Ja. Ja. Will you see you what I'm looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. Äh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wo ist die 10? Da. Kann ich es aufmachen? Ne. Ne. 20 war es ja, ne? Irgendeine Klappe kann ich bestimmt aufmachen, oder? Totenschein. Kann ich nicht lesen. Der Totenschein ist von Louis Wie heißt er? Champchen? Champson. Louis Champson ist der. Und der ist verstorben. 63? Könnte sein. Ein Schlüssel zur Tür. Aber welche? Die Schlüssel zu seinem Herzen. Mmh. Oh. Ein erlösterer Gentleman. Hallo. Äh. Hatten wir eine Tür mit Schlüssel? Dumm. 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 Ah. Okay. Ähm. Der ist weg, ne? Natürlich. Das habe ich mir schon gedacht. Ich muss mal eben das Handy weglegen. Das mit dem Brummen, das geht mir auf den Keks. So. Wo bin ich hier nur reingeraten? Wofür ist denn der Schlüssel jetzt? Für welche Tür vor allen Dingen? Die hier? Okay. Ähm. So. Ein Grammophon zum Abhören. Ein Schacht, wo es weiter geht. Schätze ich mal. Kannst nicht abhören. Weil warum? Ähm. Hä? Die Schubplatte war doch gerade nicht offen, oder? Ich kann es nicht abhören. Hä? Hä? Wieso kann ich denn von da aus... Ich kann es nicht benutzen. Hallo? Ich würde es gerne benutzen. Es läuft auch anscheinend. Also, es dreht sich. Aber ich höre nichts. Oh, ich dachte schon, da steht einer. Alter. Wow. Ich kann nicht mehr. Ja. Ja, schön. Ich, äh... Oh, warte mal. Aha. Platten namens... Was? Gedichte für die Verdammten. Okay. Die Platte fällt fast raus. Äh, 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 äh. Platte der Verdammten. Poems for the dead. To play for the dead. As they seem to sleep, heaven knows they weep. Rest my child. God knows his soul is defiled. Black Donald will find him. Miss everlasting fight will be grim. Seek the lo- You still die, man? You will never leave this vessel. You seem frightened, Alex. You reckon you was all over when you left the field? You were to support us in the attack of Whistering for you? Remember what you learned about those men who leave their kin like Jeff? I don't know what God does run away. Der schwarze Donald. So. Und jetzt? Ich hab kein Feuerzeug mehr. Ich... Äh. Wo muss ich hin? hallo? Es wird immer besser. Ja. Wo muss ich hin? Und jetzt? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Also sind wir Alex oder was? Habe ich das richtig verstanden? Sind wir Alexander? Hallo? Ich will hier gar nicht sein. Er sagt also, wir können das oder wir werden das Boot niemals verlassen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir werden das auch nicht machen.